willkommen zu einem neuen video von basement 45 heute reden wir mal wieder über die deutsche gramophon den neuesten badge der original source serie und was uns in der zukunft erwartet und das ist kurva des deutsche gramophon wo willst du hin mit diesem misch marsch der da in diesem großen box set im august erscheint an platten aus digitalen und rein analogen aufnahmen ich finde das ein spannendes thema ich kann nicht einschätzen in welche richtung es sich entwickelt deswegen das video was haltet ihr davon aber dazu gleich noch mehr erst mal der aktuellste badge aus der original source serie da bin ich immer noch dabei und immer noch sehr gerne dabei denn da ist jetzt vor kurzem ludwig van beethoven die pastorale symphonie nummer sechs erschienen und ich bin nach wie vor als ja da als sammler und als fan dabei die platten da hat sich nichts geändert an der qualität die sind alle tadellos ganz ehrlich ich finde die klingen alle wunderbar ich genieße die aufnahmen ich entdecke immer noch neue klassik und darum geht es ja irgendwo und mir ist es das wert da die reise anzutreten ebenso dabei war johannes brahms symphonie nummer eins auch das waren vierer badge auch im gatefold mit den bildern der tapes wie man das jetzt von der original source serie gewohnt ist qualität der cover der musik ich glaube darüber müssen wir nicht viel reden es ist eine richtig richtig bunte auswahl und schöne vielfalt genauso wie bela bartok mit dem boston symphony orchestra und concerto for orchestra habe ich jetzt nicht so ganz oft auf dem teller liegen muss ich ganz ehrlicherweise sagen ist jetzt nicht etwas was mich so direkt anspricht ich höre es mir gerne an aber ich müsste das jetzt nicht jeden tag können dennoch finde ich gehört dazu ich bin da in dieser serie komplett ist und würde die gerne alle haben und deswegen ist das auch dabei aber auch da qualität musik ganz ehrlich über alle zweifel erhaben ich finde das was sie da machen mit den covern dieser aufbereitung sydney c meyer wie die das alles remastert oder neu abmischt ich finde das fantastisch das ist großartige arbeit und der letzte oder die letzte auskopplung des letzten badges ist die symphonie nummer vier die romantische von anton brockner und die kommen auf doppel lp und die ist auch schon jetzt etwas teurer die haben generell in den preisen angezogen finde ich schwierig finde ich wirklich teuer aber die qualität zumindest bis jetzt liefert die deutsche gramophon einwandfrei da gibt es keinen höhenschlag beiden platten da gibt es einfach nichts zu bemängeln kein knistern die sind sauber wunderbar gepresst genauso wie dieses exemplar wie gesagt auf doppel vinyl liegt dann aber auch schon weit über 60 euro ich finde es recht teuer qualitätsanspruch ist aber da und somit absolut in ordnung und jetzt zu dem thema das uns im august erwartet von der deutschen gramophon es kommt ein riesiges box set von anton brockner die neuen symphonien auf 17 lps in wie gesagt einem schönen box set in der original source series die original source series ich bin euch das mal ein dieses box set heißt ja das ist von der original quelle gemastert wird was haltet ihr davon dass jetzt die symphonie 1 2 und 3 digital aufgenommen wurden und eben diese in diesem box set mit eingefügt das heißt wir haben 9 symphonien die ersten drei aus welchen gründen auch immer warum sich dafür entschieden wurde weiß ich nicht ich hoffe da kommt ein statement von der deutschen gramophon wie gesagt das ist kein vorwurf ich würde das für mich nur gerne wissen wenn ich dieses box set habe und weiß pass auf 1 2 und 3 sind digital warum auch immer der rest ist von den original analogen tapes gemastert worden gleichzeitig total spannend um die unterschiede rauszuhören jetzt ist das box set mit 300 euro ich würde sagen für 17 lps in dieser qualität ja fast schon günstig zerreißt mich bitte nicht aber 300 euro 17 lps wenn das annähernd so gut ist wie hier dann ist das ein schnapper und lohnt sich für fans und jetzt der knackpunkt oder das spannende digital gegen analog viel besser in der gleichen ja in einem gleichen genre wird man das fast nicht vergleichen können ich bin sehr sehr gespannt aber ich wüsste gerne warum man das macht warum man dann nicht auf den original analog tapes bleibt das besagte aber auch die original source nicht sondern einfach nur von der original quelle und wenn in diesem fall die digital quelle original ist ja dann gibt es auch kein zweifel warum die das gemacht haben aber es sollte doch ganz sicherlich vernünftige aufnahmen analog geben ich persönlich bevorzuge analog es ist aber dann wenn es genauso gut klingt eigentlich völlig egal wenn man ehrlich ist ob analog oder digital dieses box set ja ich glaube das wird das wird für gesprächsthemen sorgen und zwar genau aus dem grund weil viele gedacht haben original source all analog ist es auch allerdings die original source besagt genau eben das aus der Originalaufnahme, aus der Originalquelle dann alles bezogen und alles Remastered und neu gemixt und was auch immer. Und daraufhin dann kommen diese Aufnahmen. Bis jetzt war alles analog, keine Digitalsektion dabei, keine Digitalaufnahmen. Jetzt bekommen wir ein großes, großes Boxset. Ich freue mich sehr darauf, liebe Deutsche Grammophoren, auf diesen Trümmer mit allen neuen Symphonien und 17 LPs. Ich bin sehr gespannt, wie das gelöst wurde, ob das auch Gatefolds sind oder nur normale Singlesleeves. Das weiß ich nicht, das sieht man auf den Bildern auch nicht so richtig. Aber ja, daher die Frage, liebe Deutsche Grammophoren, wenn ihr zuschaut, Quo Vadis, Deutsche Grammophoren, wo willst du hin mit diesen Sachen, mit diesen Aufnahmen, mit diesen Mixen aus analog und digital? Kommt da mehr auf uns in der Zukunft zu? Oder war es das? War das jetzt ein spezieller Grund? Oder ist das so der erste Schritt in die Richtung, ob digital oder analog? Ist doch völlig egal, Hauptsache es klingt gut. Und wenn diese digitale Aufnahme da sehr, sehr gut vernünftig klingt, wovon ich ausgehe, warum denn auch nicht? Dann bin ich sehr, sehr gespannt. Und vielleicht geht das so aus, dass die digitalen Remasterten vielleicht mir doch besser gefallen als das Analoge. Man weiß es nicht, auf jeden Fall kann ich dann da für euch vergleichen, das werde ich auch tun. Für alle anderen, wie gesagt, die die Badges noch nicht kennen, das ist der neueste Badge. Und der letzte Badge des Jahres nach dem Boxset für Oktober ist auch schon angekündigt. Ich setze euch die Links einfach mal unten rein. Sehr, sehr spannend. Peter Gint oder Gint Sweet Nummer 1 ist auch da. Also da freue ich mich auch schon wieder. Das wird wieder bunt und es wird vielfältig. Und die Deutsche Grammophoren wird auch da abliefern. Also, das war es mit einem kurzen Überblick und meiner Frage. Quo war das Deutsche Grammophoren? Ich freue mich, dass ich wieder Videos mache. Ich bin so langsam wieder dabei. Der neue Job lässt es so langsam zu, das Mindset auch. Und sehr bald gibt es auch wieder Streams. Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Also bis dahin. Macht's gut.